Geil! Oh scheiße! Der war echt gut! Aber dem sollte ich nicht Thorsten erzählen, was er sonst noch kenne! Das... Das... Glaub ich auch, ja. Naja, der ist schon in Ordnung. Das Beste war ja mal mit Thorsten gewesen. Da war irgendwas mit dem ersten Keep, was Dings jetzt hatte. Weil ich irgendein Haus gehabt hatte, das bezahlt werden musste. Und ich konnte irgendwie in die Sub gehen. Und er sich dann eingeloggt hat, wenn Sub bezahlt. Und auch über einem Jahr haben wir festgestellt, dass er das immer noch zahlt. Weil wir nicht mehr durchgestiegen sind mit unseren Accounts. Wer, was, wo, wie zahlt. Weil wir wie viele hatten. Ah, das war so klasse. Mit dem schon durch. Das war's, was du mit mir schon durchgemacht hast. Und du lebst noch! Leck mich am Arsch! Ne, das... Das sage ich nicht. Diesen Spruch, ne. Weil... Es geht ja noch weiter. AAAAAAAAHHHHH! Ich zahl du lieber deine Schildkröten, ja? Echt, Alter! Ach, der Drago weiß, was da rausgekommen ist! Ja, 500 Euro... Gold, oder? Kriegt er jetzt in den Racken gestopft. Ja, genau. Von Ichorus. Ja. Und ich... Probier jetzt Ichorus 500 Gold in den Rachen zu stopfen, aber er lässt sich nicht rein stopfen. Ähm, ich bin bedürftig. AAAAAAAH! Doch! Versuch was wert, ne? Ja! Da könntest du mir gefallen tun. Ähm... Pro Schildkröte, die du mir bringst, seit ich dir 50 Gold... Ich kauf maximal 20 Schildkröten und dann mach ich Massen... äh... Schildkröten ab Schlachten in Tinrim... Und dann will ich so schön Zeitlupe-Aufnahmen machen... Und dann mach ich so ein richtig krasses Video draus... Und dann mach ich da ein Thread auf... Spasnat hates Turtles! Pro Schildkröte, die ich dir bringe... 20 Gold... Okay, äh... Wir reden von 1000 Gold... Äh, ne... 50 Gold... 1000 Gold, leider. Oh fuck, warte, ich muss nochmal durchkalkulieren... Ich will unbedingt Schildkröten-Massaker veranstalten... Ja, dann äh... Kommst du, glaub ich, billig, auch wenn du einfach... Mal Richtung Dschungel reitest... Ja, ich glaub, da reit ich einfach Richtung Dschungel... Da war ich so ein overhead striker, so eine Schildkröte... Und dann kommt der Hintergrund und die Musik so... We are the champions! Und dann die Axt so ganz lang so runter... My friend! Bam! Im Arsch! Und dann kommt so der Guildhack von den Pfeifen, die uns abgezockt haben... Und dann so... Fuck you! Oder so... What a 500 more? Oh man... Wenn's Hackel, ich brauch dich! Okay... Ja, er ist da, auf jeden Fall! Soll ich Skiff bezahlen, um die ganze Scheiße an meinem Tower wegmachen zu lassen? Ich würd doch eher gleich APK nehmen, wenn die sowieso's umsonst machen... Ne, weil APK, die machen's nicht umsonst... Sondern ich muss das, äh... Managen... Oh shit... Organisieren... Und da hab ich keine Zeit... Naja... Was hast du denn? Du hast einen Tower... Mit einer verdammten Mage drauf... Ich kann kein Mage treffen... Wenn ich einen Mage drauf setze... Äh... Dachen sie sich ins Fäustigen... Im Prinzip... Mein Tower... Und wenn ich Skiff... Ne, ne... Was hast du für ein Problem dort hast? Du hast einen Tower und da steht... Äh... Steht was drauf? Eine Mage... Da steht... Schon vor meinem Haus... Fünf Meter von meinem Eingang... Steht ein Watchtower... Und ne... Mercenary Mage... Und der Eingang des Watchtowers... Ist direkt in mein Eingang gerichtet... Also... Ja... Also... Sehr ungesund... Das ist doch... Eine Ansage... Das ist doch ganz... Gut ausgedrückt... Sehr ungesund... Das ist wirklich ein Problem... Ich hab jetzt wegen Dread... Ca... Hier in Gaokor... Ca... 5000 Gold verloren... Warum machen sie das? Weil du RPK-Member bist... Ne... Das... Wissen sie nicht... Weil sie dich generell nie leiten können... Ne... Also mit dem... Power am RZA Dungeon... Hatte ich ihnen gesagt, dass ich Doom bin... Ja... Und da gab's eh Stress mit ihm... Deswegen haben sie den weggemacht... Dann hab ich mir ein Chat... Und ein T1 Tower hier... Noch zusätzlich platziert... Nebenan... Das haben sie dann auch weggemacht... Am... RZA Dungeon... Hatte ich noch ne Bank... Testing Tables... Und so weiter stehen... Und... Natürlich auch Sachen... In der Bank drin gehabt... Die haben sie weggemacht... So... Also sie wollen dort gar keinen... Sozusagen... Die wollen gar keinen... Das ist ihr Gebiet... Und... Jetzt haben sie es geschlossen... Und der einzige der noch ist... Ist... Wirklich nur noch ich... Mit meinem T3 Tower... Und hier haben sie es komplett geschlossen oder was? Das Ding ist so... Kommt hier nicht mehr rein... Außer übers... Ach... Verarsch mich doch nicht... Der Rettigrochen... Der Gauko ist dicht... Alter... Ich hab jetzt einen Charakter in Skiff... Mit dem kann ich mir das Tor unten aufmachen... Dann kann ich einen anderen Pass benutzen... Ansonsten kommt hier keiner mehr rein... Außer Skiff... Haben sie Texas noch auf 200 Cent gesetzt... Das heißt... Ich kann ihn immer nur für 4 Tage bezahlen... Na ja gut... Mach ich schon ein Jahr... Aber mit dem Watchtower... Front... Das Ding ist immer... Ich gehe immer aus meinem Haus raus... Ne... Also ich ziehe den Schlüssel... Ziehe ich auf Destroy... Ne... Das heißt... Du musst es dann bestätigen... Und dann gehe ich raus... Ist klar... Kennt jeder... Das Ding ist aber... Wenn ich die Match angreife... Kannst du nicht mehr... Kannst du den Schlüssel nicht mehr zerstören... Und ich hab da ca... Ungefähr... Ungefähr... Ich muss aber raus... Um... Mir Gold zu besorgen... Um mit dem Charakter... Den Tower zu bezahlen... Richtig... Und die Mage greife ich auch durch die Tower Wand... Durchaus... Die Mage greift mich natürlich... Die Tower Wand an... Bis hoch... Auf meine höchste Spitze... Also ich kann da nicht weg... Das heißt... Sobald du dich einloggst... Greift die dich an... Mhm... Kannst du es eine Zeit lang... Mit Bandagen hochheilen... Wenn du da drin was machst... Aber... Ist natürlich irgendwann Ende... Ne... Ist klar... Und zumal du ja... Du musst ja raus... Du musst... Diesen Schlüssel zerstören... Das ist alles... Richtig durch... Genau... Ja... Also ich hab 40 Minuten gebraucht... Heute... Um meinen Tower zu bezahlen... Eieiei... Eigentlich hatte ich vor... Alles mit... Äh... Tauern zu besetzen... Ich hab ja schon angefangen... Ich hatte einen Chat... Ich hab meinen T3 Tower... Da hat ihn noch einen T1 Tower gesetzt... Aber... Vielleicht ist schon wieder... Ein bisschen aktiver geworden... Mhm... Also wenn ich mich hier umgucke... Ich stehe ja gerade am... Tester Krater... Und ich seh mir hier... Sieben Watch Tower... Mit... Mercenary Mage... Naja... Das ist halt das Doofe... Wenn du so ein... Gebiet kontrolliert... Kannst du ja überall... Irgendwas hinsetzen... Ja... Wenn ich jetzt... Kiff-Eyte sage... Dass wir den Watch Tower wegmachen sollen... Denn... Äh... Wissen sie genau... Dass ich das... Die Wege geleitet habe... Da müsstest du... Skiff eher bezahlen... Dass sie gleich in dem Keep... Irgendwas kaputt machen... Oder irgendwelche Mauern... Kaputt machen... Also Dread... Dread und CEO... Wird besiegt... Na... Na gut... Die Frage ist wann... Wie lange hältst du es mit deinem Tower noch aus... Ja... Ja... Was hat denn noch mal... Heretik für eine... Gilde... Oder... Oder... Was für Affiliations... Ah... Ah... Okay... Sonst keine Gilde... Auf... Im Kronid haben... 6500... Und er braucht halt... Alle meinen... Und ich sage so... Hier... Wie sieht's aus... Man kann's mir beim Transportieren helfen... Vom Cave Camp aus... Kein Problem... Macht er... Transportiert... Auch seine Sachen dahin... Naja... Aber was ich meine... Selbst wenn... Die wissen... Das... Das... Das da... Weggemacht hat... Ja und... Also... Wenn ich ein Watch Tower hinsetze... Am nächsten Tag ist er weg... Ja... Dann... Fühle ich mich angepisst... Ne... Und... Wenn ich mich ganz stark angepisst fühle... Denke ich mir so... Der verdammte Wichser will nicht weichen... Dann zieht schon mal trotzdem sein Tower... Naja... Ja... Sicher... Oder ich warte jetzt noch ab... Was passiert... Also ich krieg mein... Ich krieg mein Tower bezahlt... Ne... Das ist ja kein Problem... Ja... Erstmal jetzt wieder für vier Tage... Den bezahle ich ihn wieder... Den bezahle ich ihn wieder... Stellen sie dann mehr... Watch Tower auf... Dann muss ich handeln... Na... Oder machen wir irgendwas anderes... Was mich daran hindert... Mein Watch zu bezahlen... Ich müsste es mal auf der Warte sehen... Ne... Ihr seid... Dread Leader... In Gaokor... Gaokor ist dicht... Ne... Ihr habt einen dicken Penis... Und sagt hier... Das ist mein Land... Ne... Kann man ja sagen... Kann man ja spielen... Das ist ja ein ganz... Legitimes Spiel hier... Was die hier betreiben... Ne... Das Ding ist... Das Teach auf meinen Tower... Kost den... Äh... Fünfmal... 350 Gold... Plus... Nochmal... Ich würd mal sagen... 300 Gold in Bowlers... Natürlich wollen die das nicht bezahlen... Ja... Sicher... Ja... Weil du musst raus und rein können... Ne... Das... Ich kann raus und rein... Ich hab zwar alles bei Arnstein versucht... Auszuhandeln... Aber... Er sagt... Das ist legitim... Also... Du darfst den Gegner nicht einmauern... Obwohl ich das eigentlich auch noch als... Legitim empfinde... Weil... Ab denen es einmauers... Und dann scheißverdappen... Wortschauer mit einer Messe... Den dem Guard... In den Front stellst... Ist das gleiche... Ja... Aber du... Kannst du wenigstens noch... Du könntest noch wegrennen... Oder was auch immer... Ne... Geht... Kannst ja machen... Rennen ran... Hau ich mir den Bandage rein... Zahle meinen Tower... Verbisse ich wieder... Genau... Ja... Auf jeden Fall muss hier was passieren... Das wohne ich weiter... Und Herr Rettig sagt auch... Das sind nicht... Äh... Bin ich der einzigste... Eben das an... Hier... Toni... Bist du grad im WZ? Du... Ich stehe gerade... Am Arsch der Welt... Aber was soll ich machen... So ne... Weil da... Da war grad ein roter... Am... Oder im... Ne... Der ist grad rausgeritten... Beim Oberntor... Arme? Ich hab's nicht gesehen... Ich war... ähm... Wir arbeiten von meinen... Materialien... Und ich hab nur... Das Pferd gesehen... Ein roter ist rausgeritten... Aus... Unserum... Keep... Herr... Hackel... Sonstige... Okay... Sonst keiner sieht... Ist ja nicht schlimm... Und... Aber... Aber wie er eine Type... Den... Da hat noch reingeschrieben hat... So... jahres besser hat weg ab mit z big times so etwas hast du er kann auch dieser bau ripps kerl der hat jeder der anscheinend jeden thread von mir gelesen und schreibt sachen rein die vor fünf jahren passiert sind oder so gefühlt ich denke so der typ der konnte nicht mehr klar der ist ja 100 prozent arbeitslos der 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 also ich habe ich habe dazu geschrieben so ja ich habe corp for honor blablabla ich bin gerne ich habe korb und wir werden so lange geschäfte machen bis keiner mehr von uns übrig ist was so und so was und er so geschrieben so ja wake up bz big times over und blablabla was ich für ein idiot bin und mich dauernd in allen gilden rumtreibe und eben mit rpk zusammenarbeite und am besten noch mit red und was weiß ich was der ist noch geistig behindert der kerl geistig behindert genau hallo wie kommt denn auch so ein scheiß ja keine ahnung ja und ein paar aus dem forum glauben das halt auch noch als guckt die mehrheit glaubt zum glück nicht aber trotzdem man mann und sein ja genau er genau mit alle möglichen leuten arbeitet zusammen ganze verschwörung und scheiße ich bin in wirklichen hennrich was so Der muss ja denn schon massive Einblicke haben, also so einen Dong Ritz. Woher weißt du denn das alles? Ja, das frage ich mich auch. Also nicht, dass es stimmt, was er sagt, ne? Du spielst dein Spiel, bist bei Ikira Korb und fertig ist die Sache, ne? Und hältst das Kiebchen halt mit, ne? Ja, genau. Ich hatte einfach die Forums-Posts von vor drei Jahren angeguckt, wo ich noch geschrieben habe, so Ja, wir sind WZ und ihr könnt euch alle ins Knie ficken. Ach Gott, es ist gut. Also gut, im Forum immer eine große Klappe riskiert, so jede Gilde schreibt zu irgendeinem Statement irgendwas und da hat keiner von uns irgendwas geschrieben, dann habe ich das halt geschrieben und die haben halt immer angenommen so, ah ja, das ist die Meinung von ganz WZ. Ich geh mit den Hawk Leuten so, yeah, you want more you get more you fuckers. Aber das hat er die ganzen Fake-Accounts gefunden? Ist schon nicht schlecht. Ich hab da auch in dem Moment nicht nachgedacht, es sind ja nicht alle Fake-Accounts von mir. Ja, das stimmt. Die anderen sind wahrscheinlich von Acidano oder so. Ob's das jetzt besser macht, ist ne andere Sache. Ich hab ja nur vier. Ja, das erschien mir auch ne doch ziemlich lange Liste. Ich meine, der Ich-Hoster hat selbst gesagt so, nein, keiner von euch wird jemals ein Fake-Accounts gestellt und ihr dürft das nicht machen und bla bla bla. Und da dachte ich mir auch so, ja, er hat ja recht, ne? Aber dann dachte ich mir so, ja, wenn ich mir selbst einfach nur Agrees gebe, dann ist es ja, ne, dann fällt es ja nicht auf, ne? Scheinbar doch. Scheinbar doch, ja. Weil ich hab ja nicht mir selbst Agrees gegeben, ich hab ja den anderen Typen noch disliked, ich Depp. Ja. Aber mich interessieren, wer das mit dem Rest war. Entweder war das wirklich Ich-Horos selbst, das traue ich mir aber nicht zu, weil Ich-Horos ist ja sehr ehrlich. Acidano eigentlich auch. Vielleicht war's ja der, 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 äh, Mr. Mealy. Was denn? Äh, mit so ein paar Fake-Accounts im Forum, hatte ziemlich viel von BonGrip gedisliked. Ich mein, ich hab mit vier Accounts ihn gedisliked, wo ich nur konnte. Und, ähm, dann hat wer anders damit auch noch angefangen. Ich frag mich nur, wer das war. Was? Wer, nachher andere noch mit dem Fake-Accounts angefangen hat. Fake-Accounts? Ne. Ne, ich hab vier Fake-Accounts benutzt und dann, es waren ja, keine Ahnung, insgesamt hat er, glaub ich, 15 oder 20 aufgelistet. Ich frag mich nur, wo der Rest herkommt. Ja, ein Account, äh, war mein offizieller und das Dislike war aber auch offiziell, ne. Dafür hat er sich irgendein, äh, äh, ein Thread von mir rausgesucht und irgendwie auch gedisliked. Ne, oder? Ja. Ich hab leider nichts gedisliked, glaub ich, ich muss mal kurz gucken. Ich hab nämlich auch ganz viel gedisliked. Er hat sich, äh... Vor allem, vor allem, dass er mich zugespampt hat mit 100 Dislikes, das könnt ihr hier jetzt eigentlich auch mal posten. Ah, doch, ich hab'n, ich hab'n Dissagree von ihm bekommen. Ja, 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 genau. Auf das, äh, das Happy Birthday Gotcha. Was? Der hat ja Dissagree, das ist ja auch kreativ. Ich hab'n Dissagree darauf bekommen, dass ich hier geschrieben hat, dass der Anime versucht hat, zu... ...weißen, hab ich ja Scroll. Ach, da rauf, warte. Ja. Okay. Der Typ ist so hart, ey. Der ist so durch. Von wie er halt einfach nur Geld abgreifen will, weißt du? Weil eigentlich hätte er ja den Zirk hier wiederbekommen, weil er ja den Rias getötet hat. Natürlich hat Rias vorher das Ding weggeschickt, aber... Also, eigentlich hätte er den Key wiederbekommen. Oder eigentlich war das komplett unnötig, dass der Icheros gezahlt hat. Ja, vor allem, der, der es eigentlich verloren hat, ist ja noch ein ganz anderer. Der hat ja auch geschrieben, dass er das... Ja, genau. ...bisschen unangenehm findet, aber sich halt freut natürlich, dass seine Teammates sich da für ihn einsetzen und so. Vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, aber ich mein, ich kann das nachvollziehen. Ich mein, ich würd' mich auch freuen, wenn... ...irgendwer mich verteidigt, so in der Richtung. Ja, na sicherlich, aber an Icheros Stelle hätte ich nix da, also... Ich auch nicht, also das ist... Da gibt man ja praktisch dem Terroristen nach, das ist... Ja, genau. Ich hätte geschrieben, dass ich nie mit Terroristen verhandle, und... Ja, der Icheros hatte nur im internen Chat halt so geschrieben, ja, was wir jetzt machen sollen. Weil das Problem ist, es gibt halt wirklich diese, diese Lücke in der... Und dann hat er ja gesagt, das ist halt sein Fehler, weil er hätte halt die Regeln besser schreiben müssen, weil er ist ja Amerikaner und dadurch... Ich weiß nicht, ob das mit der Mentalität so zusammenhängt, aber... ... wenn da eine Lücke drin ist, dann heißt das gleich so, ja, er ist komplett schuld, weil er hat's total verkackt, das nicht extra zu verbieten. Ja, das ist ja auch nicht so ein Käse. Ja, das ist halt dieses amerikanische Rechtsdenken halt, da kannst du ja nix machen. Boah, hochreichen, bis es aufhört. Da braucht man nicht selber mitdenken. Ja, den Endstack Turtle Karakas geschickt dem Typen und... Vielleicht sogar anderthalb. Ne, 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 er hat ja gesagt, die Turtle war ja Level 125, weil das konnte er aus dem Video genau erkennen. Ja, ja, klar. Er hat halt die Pixel an der Wand, äh, verglichen mit der Höhe der Turtles. Na, da hat er noch 50 Referenz-Turtles genommen, um die genaue Höhe zu bestimmen. Ne, die kennt er ja. Achso, er kennt er ja. Er hat den Schatten, den das Turtle geworfen hat, auf die Wand, äh, durchgerechnet. Er ist ja der Turtle-Experte. Ja, ja. Hm. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, das geht in die Geschichte von Mortal ein, dass jemand 500 Gold von der verdammten Turtle bezahlt hat. Ja, ja. Das, äh, niemals, ne. Ja, vor allem der Typ hat ja selber noch gesagt, hier, ich geb dir 400 Gold zurück. Das kann ja nicht sein in so ner Richtung. Ja, ne, weißt du, warum er das machen wollte? Das ist ganz simpel. Wieso das Geld mir zurückgehen wollte? Weil, wenn er das Geld komplett, komplett gesagt, ne, wenn er das nicht gesagt hätte, dann, äh, wär's ja so, ja, äh, äh, was ist das denn für ne Scheiß-Gilde? Und alle im Forum würden sich halt denken, ja, diese fucking Idioten, weißt du? Aber das war, das find ich halt echt Arschloch von ihm, dass er dann auch sagt, so, ja, ich schick dir das und das zurück. Das ist so Arschloch-like. Und das allerbeste ist, dass er sich auch sagt, nö, wollen wir nicht haben. Verpiss dich. Ja, ich mein, musst du ja mal geben, weil, weil das ist halt, das ist halt echt, ähm, wenn du das Geld, wenn du jetzt 500 Gold so in dem Sinn, wie die das jetzt gekriegt haben, machst, wer, wer nimmt dich denn dann als Gilde noch ernst? Oder? Oder, oder, ich mein, ich mein, ich kann doch diese Leute, mit denen will ich nie wieder irgendwas zu tun haben, mit denen will ich die gar nichts zu tun haben. Was denken sich viele wahrscheinlich auch? Weil wenn die schon in so einem Punkt so agieren, das will doch keiner haben. Ja, ich will die Leute sowieso nicht haben, also von daher. Ja, ja, aber wie hießen die Gilde eigentlich überhaupt? Ich weiß es bis jetzt nicht. EXO, glaub ich. EXO, okay. EXO, okay. Solche schwulen Säcke. Zumindest war das der Tag, den er ingame hatte. Also denke ich mal, dass das so eine Gilde sein wird. Ah, Konas kommen in den nächsten Patch mit rein, ne? Statistik. Sebastian, Sebastian hat mir grad geschrieben. Fängt wahrscheinlich dann von Null an zu zählen, aber... Ja. Ja, also, er hoff ich nimmt jetzt auch den Eros Krossum und den, den anderes Zeug rein. Ich hab so geschrieben, er hat auch geschrieben, so, ja, er setzt auf die Liste, wird schauen, ob's vielleicht möglich ist. Ich mein, Playtime haben wir ja jetzt schon. Schon gemerkt? Ja. War nie gut. Gar nicht gut. Finde ich ehrlich gar nicht so schleiße. Aber mir steht ja noch nicht so viel. Hm. In den letzten Tagen hab ich ja nicht viel gespielt. Beziehungsweise verteid ich das ja immer gut auf alle Charaktere und dann sieht das nicht so schlimm aus. Viel schlimmer finde ich, dass das Broker-Ding immer noch nicht gefixt ist. Ja, da krieg ich auch nen Anfall. Jetzt schon das ganze Wochenende, ne? Wir haben ja gesagt, dass ich's hoffentlich Montag fixen, aber... Ich hatte dann gehofft mit nem Server-3-Start, das ist in Ordnung, aber nix da. Ja, aber manche Bugs können sie auch gar nicht vorhersehen, weil wir wissen es gar nicht, dass sie überhaupt existieren. Naja, klar. Das ist ja meistens so. Also wenn ich irgendeine Software-Update release oder so, dann kenn ich die Bugs auch noch nicht. Und ja, es soll sogar vorkommen, dass Software, die ich baue, Bugs drin hat. Echt? Hm, ist schon mal vorgekommen. Bei mir ne Firma werden immer alle ausgemehrt, bis zum geht nicht mehr. Naja, ich hab ja auch nur die drei Leute, die das dann benutzen. Achso, ja, dann ist ja eh Wursch. Eben. Und die kommen dann sofort zu mir angerannt und dann gibt's halt innerhalb von ner halben Stunde nen Patch. Und dann geht halt wieder. Und was machst du nochmal genau? Äh, arbeiten tu ich als Software-Entwickler halt und mach da ne Datenbankanwendung mit Cisha. Was für ne Firma denn? Ist sie groß oder ist sie klein? Äh, ist ein Forschungsinstitut. Oh, das ist ja geil! Was ihr forscht ihr? Alles mögliche. Also, zum Beispiel Lasertechnik. Hier das zweite Bit im Internet, was durchs Internet geht, in der ganzen Welt, fließt über ne optische Komponente, die wir hier hergestellt haben. Das ist geil. Das ist schon ziemlich berial, weil es halt die schnellsten Laser der Welt sind. Also von der Datenrate her, die man damit erzeugen kann. Von der Empfänger natürlich genau. Ist das schon in Grönland im Einsatz? Bestimmt auch. Ja, weil, sogar wir haben in der Schule so ne Doku angeguckt über Übersieg haben. Ja.